Hallo liebe Leute, das ist das erste Video, das ich mache. Ich entführe dich heute Nacht an die Copacabana, ey. Wir beide, wir nehmen die Fieger nach Rio und in Janeiro. Wir starten dann einfach heute Nacht an die Copacabana. Ich würde gerne nach Rom, gerne nach Paris, dann Montreal und danach nach Wien, aber sie will nach Copacabana. An die Copacabana. Ich wäre gerne auf Hawaii oder Bali, von Shanghai bis Abu Dhabi, aber sie will nach Copacabana. An die Copacabana. Ich erfüll dir jeden Wunsch, flüstere mir in Zauereien, fühl dich, fühl dich gegen alle, kämpfe wie bei Fortnite. Weil es sich lohnt, du bist nicht wie die anderen, weil du keinen Fußballspieler suchst und Champagner trinkst. Bebe mich mit dir auf, Wolke 7, hänge Mathe zwischen Palen, da drauf wollen wir liegen. Samba, Latino, Copacabana-Vibes und trotzdem mach ich hier den Adler, Albana-Style. Will dich vernaschen, als wärst du ein Solero, fühle mich mit dir während der Werbung von Ferrero. Du warst noch nie in L.A. und noch nie in Shanghai, aber Baby, du meinst. Komm mit mir an die Copacabana. Ich tanze für dich wie eine Diva. Die Nächte vergisst du nie wieder. Ich entführe dich heute Nacht. An die Copacabana, ey. Komm wir beide, wir nehmen den Flieger. Nach Rio und in Schoenero. Ach so? Ich stelle dann einfach bei Krüft an die Copacabana. Ich will gern nach Rom, gern nach Paris, dann Montréal, und mal nach Nachwien, aber sie will nach Europa. An die Copacabana. Ich will gern auch vorbei, oder Bali, von Shanghai bis ab Mugabe, aber sie will nach Europa. An die Copacabana. 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 Untertitelung des ZDF, 2020